Ich habe Post bekommen aus Israel. Die mache ich mal gleich mit euch zusammen auf. Und zwar habe ich mir von Doostar Knives ein besonderes Messer bestellt. Ah, das ist ein bisschen vermatscht durch den Transport. Da ist es. Das Modell Cutterjet M2 mit einem 2,9 Zoll Blade. Und die Rockwell-Härte soll 62 bis 63 sein. Der M2 Stahl, ein Werkzeugstahl. Ah ja. Hosenclip. Also, warum ich mir das Messer bestellt habe. Es sieht aus wie ein Teppichmesser. Hat an, also reingezogen, hat eine Klinge, also die hier reingezogen werden kann. Die kann dann hier arretiert werden. Eigentlich kann sie stufenlos arretiert werden. Und, äh, dann nochmal hier arretiert werden. Sitzt aber immer noch so viel im Heft. Und, ja, das ist ein ganz kleines Unboxing-Video quasi. Im Gegensatz zu den Baumarkt-Teppichmessern und so weiter, hat das hier so eine richtige feste Struktur. Ich will das auch mal als EDC testen. Der M2 Stahl ist nicht rostfrei. Oh ja, aber dafür richtig scharf. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sage ich einfach mal wieder Tschüss.